Harry Papadopoulos kam mit leeren Händen in dieses Land. Dann gründete er die inzwischen berühmte Firma Papadopoulos & Söhne. Hier ist der europäische Unternehmer des Jahres. Harry Papadopoulos. Tschüss. Nächste Bank ist pleite. Hat das negative Auswirkungen auf deinen Kredit? Ich habe immer gesagt, schaff was ins Ausland. Vielleicht hätte ich da Griechischer sein müssen. Hey, das ist ein Bankrott, Baby. Keine Katastrophe. Was gehört rechtlich gesehen noch uns? Der Fisch-and-Chip-Shop. Wegen eines Miteigentümers namens Spirus Papadopoulos. Ich will die drei Brüder verkaufen. Wir können die drei Brüder nicht verkaufen. Wir werden die drei Brüder wieder eröffnen. Redet er etwa von uns? Ich eröffne bestimmt keinen Fisch-and-Chip-Shop. Niemals, 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 niemals. Nie. Ich bringe euch griechische Tänze bei. Wir frittieren ein paar Fische. Toll. Ich versuche, was Gutes dran zu finden. Und? Nein, gar nichts. Das, was sie gerade mit ihrem Bruder machen, klingt überfragt. Das ist wie ein Start-up. Die Familie sitzt in der Gosse. Bei euch griechen muss immer alles dramatisch sein. Lust auf Pommes? Wir sind unheimlich stolz auf dich. Die besten Fisch-and-Chips in London. Ruf an, wenn du an die Bause gehen willst. Im Leben kommen nur zwei Dinge ganz gewiss. Der Tod und die Steuern. Es sei dein Mann, ist Griechen. Dann nur der Tod. Das ist ihr neuer Partner. Nein, musst du dir erst verdienen. Mitkommen. Wir sind die besten Gesetzeshüter, die jemals lebten und starben. Toll.